Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, den Namen haben Sie auch perfekt ausgesprochen. Es ist in der Tat ein häufiger Name im Rheinland. Und ich darf sagen, und vielleicht nimmt man das dann als freundliches Wort, indem man Albert Schweitzer zitiert, beim Thema Verschwendung. Das Einzige, was nicht weniger wird, wenn man es verschwendet, ist die Liebe. Auch unter Schwesterparteien, aber leider nicht in diesem Haushalt. Ich hätte auch das Glas von den Felgen träumt. Ich hätte nicht jedes Glas genommen, aber von dem Kollegen ja. Eigentlich müsste da Korn drin sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann sicher sagen, dass vom Parlamentsdienst nur Wasser ausgeschenkt wird. Wir alle haben ja mal schlechte Tage, die AfD mehr als andere, aber jedenfalls... Bitte, Herr Kollege Gord. Danke, Herr Kollege Kubicki. Das heißt, Herr Präsident, Herr Kollege Gord. Herr Präsident, der Applaus meiner eigenen Fraktion war auch schon größer, aber ich hoffe, ich werde das jetzt ausgleichen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen... So, Leute, jetzt guckt mal runter. Hier ist ein ernstes Thema. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren!